Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout 4. Wir haben jetzt ein bisschen hier wieder ausgebaut, ne, nicht besonders viel und so. Ich hab mir in der Zwischenzeit so ein bisschen reikt, ah, was kann man hier machen? Und ich hatte ja immer noch die Idee, halt zum einen das höchste Gebäude und zum anderen natürlich das spektakulärste und das sicherste und die größte Siedlung überhaupt. Ich will hier 100 plus Leute und riesige Träume habe ich hier und ich will das Ding zur Basis der Welt machen. Also, ne, wisst ihr, was ich in den nächsten Folgen machen werde. Aber erstmal, ähm, überlege ich gerade mal kurz. Du, 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 du. Waffenbank, genau. Wenn du mir eine zweite Druckpresse basteln könntest, wenn du schon dabei warst. Ich habe wahrscheinlich keine neuen Sachen, ne, habe ich immer noch nicht, ne, Waffenfreak. Gut, äh. Kurzer Lauf, besser die Präzision. Ähm. Erhöhte Rückstoßdämpfung. Ne, alles ist nichts besonderes. Magazin ist jetzt auch nicht so besonders. Das ist ja schon ganz praktisch. Ich brauche da halt den Waffenfreak für. Äh. Ja. Äh, Waffenfreak, Sklattablette, Tablette, ja. Kann ich nächstes Level machen, wenn wir das haben? Okay. Gut, ähm. Gut, gut, gut. Aber erstmal wollen wir hier andere Quests haben, nämlich, da braucht sich was zusammen. Einfach so, ich habe jetzt, äh, eine Quest genommen, die, wo ich weiß, es hat nichts mit Hauptstory zu tun. Und, äh, ja. Böp, 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 äh, die Haushaltsroboter. Das ist wohl so das nächste. Oh, wen haben wir denn da? Ich süße Lady. Ja. Ähm. Ähm. Du, 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 du. Geht euch mal langsam los. Äh, äh, äh. Ja. Aha. Piper direkt, direkt wieder in Angriffsstellung. So muss das sein. So, und hier die Frames auch wieder im Superbereich. Obwohl, es sind ja schon 30 Frames. So. Und das trotz Aufnahme ist halt immer wieder gut. Und man muss sich halt denken, ich spiele halt immer nicht mehr nur auf Full HD, sondern halt wirklich schon auf 2K. Und das macht natürlich einiges. Was? Was? Na, 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 na. Na. Ja. Na, toll. Und noch mehr Gegner. Hallo. Oh, ein legendärer Wader. Ja, ich denke auch, die Kugel hast du wahrscheinlich, äh, ist sie vom Himmel gefallen. Na. Du lebst auf. Na. Oh. Echt? Ich hab gar keine Schuhe an. Na. Was ist das denn? Wieso haben die denn da? Aua. Hä? Wo ist er denn? Da hinten? Das kann ja nicht sein. Er war da. Du hast ein Fehler gemacht. Joa. Du, der, der Bus brennt. Ich würd' mir da fast Sorgen machen. Hotel Harbour Meister. Na toll. Oh, ich bin gestorben. Oh. Das kommt von Unacht. Aua. Von Unachtsamkeit, wenn man nicht seine Lebensbalken. Lebensbalken klingt falsch. Wenn man nicht seinen, äh, Gesundheitsbalken beachtet. Ich sag ja, dieses Ding brennt. Das sag ich nicht grundlos. Na ja, das ist ja mutiert, das Ding. Na komm. Bisschen auch. Na, reicht schon. Komm schon. Einer noch. Einer. Blutpaket. Also Blutpakete sind auch immer die, die ich von der DHL bekomme. Wisst ihr, ne? Fuck. Aua. 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 Nicht, äh, jetzt haben wir ja Aua. Komm, einer. Hallo. So. Uh, das Giftmischers. Nehme ich mit. Ist jetzt aber nicht so, dass ich sage. Boah, super geil. Man kennt den, den EDK ist das, glaube ich. Den EDK Werbespot, super geil. Und wisst ihr, müsst ihr einfach mal eingeben, YouTube, super geil. EdK, ich glaube, das sind genügend Stichworte, womit ihr da auf das richtige Ergebnis kommt. Richtig geil. Das ist ein Typ, ein Schauspieler, ein Bekannter anscheinend wohl auch. Und der singt dann halt immer so von allen Produkten irgendwie so Kekse oder so. Super knusprig. Super geil. Also richtig, wirklich gut. Also das ist, äh, Werbung, wie sie mir richtig gefällt. Hm. Aha, aha. Interessant ist das ein Hotel, ne? Gewesen. Ich ruf schon mal in den Fahrstuhl. Ich kann hier nichts klauen, was? Interessant. Dass ich hier nichts klauen darf. Piper, kommst du? Fahrstuhlfahrten sind immer das Beste, dass ich, also ich meine, ich habe Mass Effect 1 überlebt. Nee, Mass Effect 1? Doch, Mass Effect 1 habe ich überlebt. Ähm. König auf, äh, Fahrstühle. Deswegen ist das hier kein Problem. Scheiße. So. Schon besser. Was ist denn hier los? Was ist das denn? Jengels, der Mondaffe. Ein Aluminium, du hast, ach du Scheiße. Aproxyputzmittel, ach du meine Güte. Ein Salzstreuer, nichts Besonderes. Ja, ähm. Das ist das Hafenviertel. Hier komme ich aufs Dach, wenn ich mal, würde ich mal vermuten. Keine Ahnung, wenn wir wieder Gesundheitssachen nehmen, ne? Das ist ja jetzt nicht schlecht, wenn ich's jetzt nehme. Scheiße, was war das? Ja, gar nix. Gar nix. Wuh. Grafik-Bug. Ja, kämpf, Piper, kämpf. Da sind sie wieder. Jo. Aha, aha, aha. Jo. Das denke ich mir bei Let's Plays immer. So, ein Wader-Ödländer. Ja. TV-Dinner-Tablet, ach ja. So. Wow, hier geht die vorhin jetzt aber gerade runter. Ents, ich höre nicht ein bisschen, by the way. Fleisch und Bohnen. Ähm. Verdammt, das war sinnlos. Na, egal. Glücksbär hieß, aua. Tag hier. Jetzt mal wieder so weit. Boom. Na. Jetzt aber. Ah, da ist das ganze Gehirn verteilt worden. Ah, ist das schön. Psycho. Schöner Ausblick, aber... zu oft gesehen. Okay, scale, oder? Aber, das war nicht schlecht. Die sind dezent viele TV-Dinner-Tabletzen. Das bedeutet für uns wiederum dezent viele Aluminium-Teile. Äh, nichts besonderes, was hier ist. Da habe ich eins noch gesehen. Nichts, noch mehr Munition. Diese Geräusche hören sich sehr ungesund an. So, ich will auch höhere Gebäude als dieses und dieses hier übrigens bauen. Ne, damit ich da so ein bisschen... Damit ihr wisst, worauf ihr euch einstellt. Was wir an der Burg erschaffen wollen. Ne, hier war falsch. Hier ist der Fahrstuhl. Piper. Nein, daneben nicht. Du spawnst ja gleich eh wieder in meinem... Doch nicht. Naja, aber wenn ich aus der Tür rausgehe, dann bist du bei mir in der Nähe. 44 Meter, das war... Eigentlich ist das wieder gar nicht so weit. Na wohl, na... Aua, 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 aua. Oha, warum ist denn alles im Weg? So. Guck mal, ist diese ganze Kacke im Weg. Alter, was ist denn da hinten wieder los? Explodiert wieder alles. Ja, übertreibt! Na... Du bist mir aber einer. Denkst wohl, du könntest mich, äh... Von hinten angreifen, hä? Hint wohl nix. Tja. Ich denke, das war's für dich. Es war's für dich. So. Wo Piper ist... Keine Ahnung. Den hat's zerfetzt. Oh. Gut. Was ist unsere Quest? Achso, die Braumaschine. Ah, okay. Das war ne Wurzeltzettel-Quest, wenn ich mich nicht täusche. Das, hast du das gehört? Es geht Ärger! Noch immer in einem Stück. Na? Du, aber... Nicht mehr der Typ. Ähm... Kann man da... Scha, oder? Ne, kann man leider nicht rein. Wo Kampfgewehr eigentlich, kann man schon nehmen. Das Schankhaus Schemburg. Ist das? Was macht die Bruderschaft hier? Weil, ist jetzt nicht schlimm. Ich bevorzuge das, dass die hier ist. Aber... Warum? Heilige Maria! Aua. So. Ey. Das darf nicht mehr Puff machen. Ich hab's entschärft. Entschuldigung. Dieser Bereich steht unter unserem Schutz. Ja. Das find ich gut. Äh. Ja. Das, äh... Muss natürlich genau dann explodieren. Äh. Mäh. So. Wo ging's denn rein? Hier ging's rein. Hier ging's aber erst in der nächsten Folge rein. Bis dahin. Ich hab's...